Falls es euch interessiert, ich habe ein Postfach, könnt ihr mir gerne Pornos hin senden und so. Ich brauche mal wieder Leute. Das ist Chaos. Warum ist mir auf einmal kalt? Um halb vier morgens wird es kalt. Leute. In dieser Uhrzeit. Sollen wir nicht zusammen nachher zum Postfach laufen? Ich habe keinen Bock alleine. Ruhe dich. Erstmal brauche ich einen Hund. Naja, das hat ja mit dem Postfach nichts zu tun. Ja doch. Nein. Ja doch. Falls es euch interessiert, ich habe ein Postfach, könnt ihr mir gerne Pornos hin senden und so. Ich brauche mal wieder neue. Ich kann eigentlich meine Testartikel zu deinem Postfach schicken lassen. Hä? Du kannst die da hin senden lassen? Ja. Ja. Ist ja kritisch. Wenn es nicht zu groß ist, dein Artikel. Wie groß ist denn das Postfach? Ja, wie ein normales Postfach halt. In Zentimeter. Weiß ich nicht. Hast nicht mal ein Paket rein, ne? Wie kommt drauf an. Maxi Briefe und sowas alles. Wie viele Postfächer haben die da alle? Ja, im Eis und Schrank. Super. Ja, seit vor der Post und gelben Schrank mit Fließfächer. Da gehst du einfach selber dran oder musst du da mit den Leuten nicht sprechen? Nö, ich habe den Flüssel. Steht ja mitten im Laden, da ist. Ja. Ist dir noch nie aufgefallen? Nee. Was kostet das? Ein gelber Schrank. Gar nichts kostet das. Doch, einmal anmeldige Birne. Aber laufend kostet das nichts. Cool. Hm. Und wie hoch sind die Anmeldegebilden? 15 Euro. Was? Oder sind das 15 Euro im Jahr? Nein, einmal anmeldige Birne. Und dann kannst du es nutzen. Tja, dann ist das ja hier in Lippetal, Soest, Kreis Warndorf, in dieser Umgebung stark begrenzt, ne? Äh, wieso? Ich weiß noch, wenn es nur ein kleiner Schrank ist. Hey, es gibt doch überall in jeder Postfiliale so einen Schrank. Ja, aber die Leute, die jetzt hier in der Gegend wohnen, die können ja nur den nutzen. Die können auch immer nach Soest fahren in der Innenstadt. Ja. Auch oder nach LeBorg oder so. Das ist alles möglich, du. Du kannst auch noch mehrere Schlüssel dazu buchen, das kostet dann aber extra. Man kriegt standardmäßig zwei. Wie ich finde, reicht auch eigentlich. Dann kann man noch, wenn man ein Bürogebäude hat, kann man sich das von dem Postfach aus, von einem Postangestellten ins Büro liefern lassen. Ah, das heißt, da reinkommt. Die Option habe ich aber nicht gewählt. Ich gehe lieber selber dahin. Wo ich das eigentlich mal umstellen könnte. Brauche ich nicht mal dahin latschen. Das kostet doch bestimmt extra, oder? Ich glaube nicht. Ist ja im Prinzip so wie normales Postausstellen dann. Dass halt die Leute nicht deine Privatadresse da angeben. Da, Wölfe gefunden. Ah, ich bin so gut. Ah, eine Spindere, eine Spindere. Ich bin eben hier drin. Ja, ich merke es. Also, dass du mit mir mit drin bist. Guck mal, der greift ein Schaf an, der kleine Hund. Ja. Der hat ja auch Hunger. Ich helfe den Hund jetzt. Bitte schön. Er liebt dich. Hier sind noch mehr Hunde, ne? Laufen wir erlauben. Wie lange dauert das denn? Der ist doch schon! Wisst ihr? Ja, der braucht ja nur einmal Herzenziehen. Geht kein Herz. Ja, bei mir hat er der Herzen. Gerade. Sag nicht, er mag dich. Nein, du kannst dir doch hinsetzen. Das kann ich nicht. Achso. Das kann ja nur der Besitzer. Komm, wir suchen noch einen. Ja, das sind doch welche. Da ist einer. Der liebt dich auch schon. Da vorne ist noch einer. So sehe ich eigentlich keine Herzen. Ne, ne. Mach den mal kaputt. Wenn du angegriffen wirst, beteiligen dich deine Hunde. Du darfst dich nicht fragen. Denen bestimmt noch irgendwo an der. Da ist noch einer. Haha. Der greift gerade irgendein Schwer. Der ist ja recht auf den Schlafer. Sind die alle voll in Fressgealter oder so? Das sind sogar auf den Bomben. Der auf den Bomben. Ich habe keine Knochen mehr. Ja gut, dann reicht das ja wohl. Der gehört nicht mehr. Nicht? Ne. Ich habe noch drei Knochen. Kannst du einen Glück noch versuchen. Bei dem einen. Mein Inventar ist erstmal voll. Schnelldähten ist auch. Nein, ich habe keinen Scharf. Oh. Mir. Bei mir. Hat er gut geklappt. Ich habe ihn zwei Stück gegeben. Jedes Mal, wenn ich ihn anklicke, gebe ich ihn ein. Ja? Keine Mut, lass ich keine mehr. Er fliegt. Pass auf, die ertrinken ihren Wasser. Oh, das ist doch noch mal so. Warum eigentlich? Hm. Wie die so dunkel werden anklicken, glaube ich, schauen. Oh, das Titanic ist da. Wir müssen los. Scheiße. Ich bin so behindert, ne? Ich bin so behindert, ne? Danke. Das ist eine positive Eigenschaft von mir. Dass ich behindert bin. Oh, wieder Level ab. Level 27. Was ist so für Level 17? Oh, wenn so kommen wir einfach nicht. Hast du die hingesetzt? Ne, du. Cool. Dann lauf mal ein bisschen rum bei dir zu Hause. Oh mein Gott, meine Wölfe kommen nicht. Alles muss uns gewehren. Nein, die müssen hier kommen. Die kommen schon noch. Keine Angst. Hier hat einer gebellt. Ich dachte, die Wölfe bellen nicht. Was heißt, die werden jetzt da unten nach. Auf einmal kommen sie alle in die Tür rein. Ich muss hier. Und die Kasse verträgt sich auch mit denen. Ich muss sie ja. Die sitzen ja und die sitzen auch. Ja. Was ist das eigentlich für einen riesen Baum? Guck dir den mal an. Mitten in der Wildnis. Ein Baum in der Wildnis. Oh Gott. Ich weiß was. Guck mal, wie viel Speicher ich noch habe. 117 GB. Tja, ich würde sagen. Dieses langweilige Gammelige Let's Play ist erstmal zu Ende. Warum langweilig? Ich finde das cool. Ach nein. So. Ja, komm. Was denn? Zu Ende. Für heute. Für heute nicht? Ja, für jetzt. Für jetzt. Also, dann sind wir uns beim nächsten... Warte, nee. Warte, lass mich mal die Zeit angucken. Ähm, wir haben jetzt... Genau. Ja, komm, mach ich noch die drei Minuten. Das passt dann. Haben wir genau eine Stunde. Du Asi. Da ich hier mal zehn Minuten Pause mache, passt das gut. So, 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 so. So, rennen wir noch ein bisschen hier rum und Kurkuma. Und, äh, ich könnte euch ja noch was fragen, zum guten Schluss. Wer mir was einfallen will. Äh, würdet ihr euch irgendwas wünschen? Schreibt es in die Kommentare. Geld. Nein, nicht so was. Was ich spielen soll, oder was wir hier mal in Minecraft bauen sollen, oder sonst was. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und damit, äh, ja, würde ich sagen, können wir das Let's Play-Aufnahme-Session-Ding jetzt beenden, an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.